Als Heilpraktiker unterstütze ich Menschen, die wieder engeren Kontakt zur Natur suchen, ihr Leben verbessern wollen oder Zufriedenheit und mehr Ruhe suchen. Die Natur ist unsere Kraftquelle, unsere Medizin und unsere Meisterin, von der wir lernen dürfen. Begegnen wir der Natur? Begegnen wir uns selbst? Als Musik- und Kunstlehrer versuche ich meine Schüler dazu anzuregen, mit offenen Augen und kreativer Abenteuerlust die Welt und den Menschen zu erkunden. Erobern sie mit mir gemeinsam neue Territorien, experimentieren sie, scheitern sie und beginnen sie etwas Neues. Unsere Natur, unser Planet und unsere Gesellschaft schreien nach Veränderung. Ja, wir sind wie Bäume mit starken Wurzeln, wir sind die Melodien eines kosmischen Reigens und die Gebete einer fortwährenden Schöpfung. Diesen Wurzeln, diesen inneren Gesängen, diesen kraftvollen Funken der Hoffnung sollten wir folgen, auch ins Ungewisse, bis in unsere Seelen. Wurzeln, den Julien. Wir haben die Frauen geborgen. Wir sind wie Bei Kronphabetet, also die Leute, die Kinder in anderen Feldern, wился im Aus Schonem. Untertitelung des ZDF, 2020